Wir werden in dieser Klasse sehen, wie man Phasen und Rundungen in unsere Projekte einfügt. Diese Elemente sind nützlich, weil sie nicht nur ein besseres Finish geben, sondern auch Spannungskonzentrationspunkte beseitigen und die Festigkeit des Teils verbessern. Wenn das Archiv in dieser Klasse geöffnet ist, gehen wir zu unseren Studien. Wir beginnen mit dem Einfügen einiger Endphasen an diesen Kanten. Wir haben den Phasebefehl im Fenster innen der Registerkarte Home aktiviert, indem wir auf diesen Pfeil klicken. Mit dem aktiven Befehl geben wir zuerst den Buchstaben D ein, um die Abmissungen der Phase zu informieren und mit einem Eingabetaste zu bestätigen. Wir informieren die erste Dimension der Abschrägung, die b1 wird, und bestätigen mit einem Enter. Sehen Sie, dass nun die andere Dimension der Phase angefordert wird und der Wert 1 als Vorschlag angezeigt wird. Wir können einen anderen Wert eingeben oder die Eingabetaste drücken, um den Vorschlag des Wertes 1 zu akzeptieren. In diesem Moment geben wir den Buchstaben M ein und geben Sie ein, was es ermöglicht, mehrere Phasen einzufügen, und wir klicken auf die Linien, die die Kanten bilden, die die Phasen empfangen werden. Stellen Sie sicher, dass die Ecken getrimmt und Phasen eingefügt werden. Um die Optionen des Befehls Phase zu untersuchen, öffnen wir die verfügbare Polylinien-Datei, die ein Objekt enthält, das aus einem einzelnen Element besteht. Wir aktivieren den Befehl und wir konfigurieren die Abmissungen der Phase. Wir geben den Buchstaben A ein, geben sie ein und geben sie den Wert der Entfernung ein, die 3 sein wird und den Wert des Winkels, der 45 sein wird. Dann geben wir den Buchstaben P ein, um Phasen auf Polylinien anzuwenden, was dazu führt, dass die Phase auf alle Kanten der Polylinie angewendet wird. Vorausgesetzt, dass die Kantenabstände ausreichen, um die im Befehl konfigurierten Bemaßungen anzuwenden. Wir klicken auf die Polylinie und sehen, dass die Kanten, die es ermöglichte, die Phase zu erhalten, getrimmt wurden, aber einige mit kleineren Abständen erhielten die Phase nicht. Der Phasebefehl hat auch die Option Trim, mit der Sie wählen können, ob die Kanten beim Anlegen der Phase geschnitten werden sollen. Und die Option Methode, mit der Sie wählen können, ob die Phase über zwei Entfernungen oder einen Abstand und einen Winkel eingestellt werden soll. In Ordnung, jetzt, wo wir den Befehl Phasen kennen, kehren wir zur Körperdatei des Grassatzes zurück, um zu lernen, wie man Rundungen einfügt. Wir haben den Befehl Rundung aktiviert, der sich neben dem Befehl Phase befindet. Jetzt geben wir den Buchstaben ein und bestätigen mit einem Eingabetaste, um den Radius der Rundung zu informieren. Wir geben den Wert 3 an und bestätigen mit einem Enter. Jetzt geben wir den Buchstaben M ein, um mehrere Rundungen einzufügen und bestätigen mit einem Eingabetaste. Wir klicken auf die Linien, die die Kanten bilden, die die Rundung erhalten, und sehen, dass sie getrimmt sind und die Speichen eingefügt werden. Genau wie das Phasenwerkzeug haben wir hier auch Anwendungsoptionen wie Polyline und Trim, die genauso funktionieren wie früher. Wir schließen hier diese Lektion ab, in der wir lernen, wie man Phasen und Rundungen auf die Kanten der in AutoCAD erstellten Geometrien anwenden kann. Die Kanten der 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 K